ich bin gerade vor einer stunde aufstanden also nicht wundern wenn ich ein bisschen müde klinge wir spielen heute den oder wie es mal heute spielen wir wieder und wir sind auf jeden fall sehr groß und sollen sehr sein soll auf jeden fall passiert ja wird auf jeden fall immer so wir haben 169.000 können und wir können uns besseres essen kaufen wir können uns aber auch dna kaufen das heißt mehr zum essen genau im seiten gibt es davon und hier okay gut dann kaufen uns doch mal hin für kuchen wir können alle kaufen eigentlich 3,8 millionen 169.000 speck kann ich mir dann kaufen wir uns kaufen uns ja auch noch ein besseres dna dingsbums so müssen wir mal hier 90.000 habe ich 1,7 millionen 333.000 79 ok so perfekt aber dadurch dass ich ja alles haben will kaufe ich ja alles kauf mal hier eben kurz alles durch weil ja alles haben will so perfekt haben wir aber freigeschalteten rüsten wir auch aus so ok gut dann essen wir hier mal ein bisschen schreck dass wir hier auf jeden fall wir können wir uns auch eine tägliche kiste einmal einsammeln kriegen 200 genau youtube ja ich bin der youtuber ist sogar wirklich mit wo box also ich könnte es mir sogar holen aber mache ich nicht so ich kann mir mal kurz gucken wie ok also basisches dingsbums dann holen wir uns das auch es ist ein hund und wir können uns noch ein hund es ist eine katze ok austiere aus und einmal aussorten und jetzt damit kann ich dann irgendwie leute schlagen aber auch gut 170.000 wieder wir können die markt ok 211 kostet das nächste ich mache mindestens 1 6 damit ich bin ein spiel ja wäre auf jeden fall was haben so leute infos zu meinem spiel auf roblox oder meine roblox spiel ist gerade sehr tief in einem entwicklungsmodus drin der sie würde lesen nennt man das ja ihr wisst was ich mein ja also wir arbeiten gerade auf sehr hoch vielen hochtouren daran wenn man das erwähnen kann ja also wir haben jetzt schon viele gebäude gebaut ich habe jetzt auch bilder tatsächlich eingestellt dass das dann auch schneller jetzt geht ja also seid auf jeden fall gespannt schaut in meine video beschreibung auch mein disco vorbei dort könnt ihr den disco dann auf dem link und ja könnt da weitere infos zu meinem spiel sehen und auch zu meiner anderen dinge die ich mache so jetzt haben wir 600.000 als fast eine million und wir können uns kaufen coins gut und items werden okay okay aber so viel jetzt habe ich weiß gar nicht kann man hier irgendwo anders auch landen oder ist man nur hier an dann kann die glaube ich sogar weiter man ist so langsam hier ist lava irgendwie komme ich ihn wieder zurück die hier nicht hin aber erforderlich ist es 150.000 dann kann man dadurch man kann aber aufhören mich die ganze jetzt kann ich die wüste glaube ich das kleinste jema kurz in die wüste und gucken ob wir das da kaufen können auch mein auge was mir überhaupt durch ja gut habe ich nicht gedacht ne automatisch erklärt bei game plus schon gut um das freizuschen wo das ist aber cool du kannst das nicht mit über also scheitest das nicht mehr wo wachs frei sondern einfach wenn du die gruppe joint das ist ein geiles feature auch nicht jedes spiel bei vielen spielen kriegst das aber finde ich gar nicht dass das so gemacht habe ich will jetzt sagen brauchen dass wir mal wieder so wie teuer ist das 3,8 ich könnte mal die gruppe beitreten wenn ich mal das spiel hier nochmal spielen sollte kann sich angreifen oder auch aber auch aber drei was wir machen könnten ist uns neues 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 zu kaufen ein panda guck mal kurz was jetzt hier eigentlich das beste ist das ist mir ja eigentlich das ist ein eis das ist ein erdbeer und danach gibt es die sandwich sandwich ist auch schreibt man einen kommentar ist ihr gerne sandwich also ich muss ja sagen kommt drauf an was darauf ist aber dann es sich auch und es sichtet auch aber muss halt und gute dinge sein da hat das 3 8 gekostet ja aber so viel kann man jetzt nichts machen ein bisschen schade begrenzt 500 war 100.000 youtube hier öffnen wir mal ein zimmer kurz das geld dafür wo wir haben seltenen sommer jenny irgendwas ich will keinen innen die ist so ihr moin 15 der hund ist ein hund tut mir leid aber du musst alle weg warte dann hole ich mit zwei neue noch mal davon dann habe ich mich drei dann habe ich drei gute ja natürlich noch ein seltener panda aber ich glaube die sind alle selten jetzt glaube ich auch wieder ja wo meine nase die ist absolut gerade so dann kann das mal ausrüsten und ausrüsten und dann habe ich die auf jeden fall schon mal fertig ja morgen 16 millionen 6,6 jetzt haben wir nicht überhaupt aber das hier hier kommen wir sind ja so schnell fertig damit war das jetzt was wir verkauft haben ach hier essen ist dann wie teuer tomate die kostet 15 millionen die tomate kostet 60 was ist das hier irgendeine attacke auf jeden fall haben wir mal eben kurz ja auch 4,8 sind wir groß alter ok auf jetzt schon 170 millionen einfach was kostet 170 gar nichts kann mir die ice cream wir haben das ausgerüstet ok also 23 millionen dann brauchen wir uns das hier 3,1 millionen also es werden coins food und items werden ersetzt nur also auch das hier wie viele gibt es hier von bis lila legende 2100 157 millionen machen wir den grünen nur weil davon habe ich dann auch gutes money so eine billion ok ja gut dann können wir auch auf geld wir machen 1,6 millionen damit wir machen einfach hier den hier wie teuer war der ach so ihr habt ihn ja schon so 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 alles kaufen ja auch alles kaufen einmal ich habe jetzt so sagt jetzt haben wir schon millionen welchen haben wir jetzt hier das brot haben wir in a kauf mir ja ok perfekt können wir uns beim essen noch kaufen irgendwas obkorn aha ok ok eine billion einfach so wie teuer ist das nächste 506 irgendwas millionen junge warum machen wir denn so viel auf einmal verkaufen wird einfach durch die map gerade gebackt welches habe ich hier den grünen apfel aha mit einem klicken mit einem klicken einfach schon fertig roter apfel da kommt ein wasser mit dna bin ich jetzt hier beim blatt ok aber ich würde sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat das gerne like abo und kommentare schon auf jeden fall meine schlöse war beschreibung in meine video beschreibung vorbei dort ist halt mein diskurs einfach verlinkt schaut da drauf wenn ihr mehr von meinem spiel erfahren wollt und ein anderem ding ja wir verkaufen jetzt hier noch einmal und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag ja Leute hausein heute euer sandow ciao ciao ciao